Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dr. Who The Adventure Games. Wir haben ein bisschen Schutt, den wir aufnehmen. Nehme ich direkt mal mit. Wir haben hier hinten das Ding, das müssen wir noch schließen. Den letzten Spalt hier. Scheinbar ist jemand zu Hause, okay. Dann hauen wir da nochmal oder schmeißen mal Schutt hoch. Hallo. Oh, richtig, richtig. Was willst du? Es ist alles klar, Margaret. Dies hier ist ein Mann im Krieg. Ich will nicht mehr, ob es der Riesen-Lord selbst ist. Geh verloren! Können wir hier vielleicht mal das Paper zeigen? Ich denke, das könnte mir helfen. Sorry, Sir. Right away. Come in, come in, Sir. Welcome. Dankeschön. Können wir mit dir reden? Ja, cool. Komm in, come in, Sir. Welcome. Okay, damit hätte es uns das hier geöffnet. Das heißt, wir hauen das Ding noch weg. Uh-ha. So, so, so. 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 Okay, das sollten wir hinkriegen. Ha, gut. Das lief besser als beim letzten Mal. Juhu. Nächste Rungeschaft. Oh, Doctor, da you are. Of course I'm here. I'm having way too much fun to be anywhere else. Now, what do we know about Charlie? They say he's been following Winters to her house. Her house? Interesting. That might mean he knows where her ship is. But do we know where Charlie is? He's disappeared. Last time anyone saw him, he was wet and had been underground, near Parliament. Hmm. Do you know anywhere like this, Mr. Plum? Sounds like the drains. Vile place, dark, filthy, and crawling with rats. Sounds lovely. Who in their right mind would go down there? Why do all these tunnels have to look the same? Doctor, where are you? Oh, fresh air. Whoa. Well, at least that's better. A bit. What the heck was all that about? Look, whoever you are, listen. We have to get out of here, now. I am Black Rod, Sergeant-at-Arms and Keeper of the Doors. Who are you and what are you doing here? Yeah, later. Right now, you see those guys? Well, they are Sontarans, and they are very, very bad news. Come on. I am Black Rod, Sergeant-at-Arms and Keeper of the Doors. I am Black Rod, Sergeant-at-Arms and Keeper of the Doors. So, the human thinks it can subvert our plans here in this London City and report back to its Rutan Masters that the Sontarans have discovered their plans. Look, mate, I have no idea, what you're talking about. I've never even heard of a Rutan. Do not try to be clever with me, human. It will only cause you more pain. Why else would you be down here, if you were not in the service of the Rutan host? We know their ship lies here somewhere. Listen, maybe if you told me what was going on. The Sontaran Empire has been at war with the Rutan host for 50.000 years. Every Sontaran is pledged to Sontar, to seek out and destroy its enemies. So, what are the Sontarans doing in London? We have detected the distress signal of a Rutan ship. A Rutan ship, for which both the Empire and the host themselves have been searching for 400 years. It is somewhere near here. 400 years. What's so special about it? It contains something of strategic value. To both sides. Uh-huh. So, what's going to happen to me now? Prisoners of war are always useful. For experimental purposes. What? We Sontarans pride ourselves in our lack of complacency. We are always looking for a better way to kill. Now, if you will excuse me, I have a Rutan ship to find. Watch him well. Ach, der hat hier ein, äh... Der scheint wohl von denen übernommen geworden zu sein. Okay, dann können wir uns hier umschauen. Können wir mit ihm reden? Was denkst du, du machst? Sorry, es war ein... ...er Flieger. Es ist ein Seer. Es sind vermutlich viele Flieger. Now, get back. Ja. Äh... Du-du-du-du-du-du. Hier war doch grad was. Wahrscheinlich hier die Dinger. Okay, hier ein bisschen was. Dokument... ...Dings. Kriegen wir das auf? Ja. Was denkst du, du machst? Geh weg von da. Ach gut, dann... ...verzieh ich mich mal. Auf wieder das... Geh weg, Traitor. Du bleibst hier, bis wir entscheiden, was mit dir zu tun. Okay, okay. Auf jeden Fall weiß ich, dass du mich noch überraschst. Okay, das geht also nicht so. Ich dachte, wir können es einfach rausrennen. Können wir eigentlich dem, äh... Ich hab dir gesagt, ich bin der King's Master-at-Armsen. Könntest du mich wirklich ernsthaft als ein Mann, um zu fuhren? Nein? Nein. Ich war nur dein Ausfett. Fuhlisch. Du wirst bald deine Lehre lernen. Okay. Können wir hier vielleicht auch noch mal ein bisschen was... ...rum basteln? Okay, das kriegen wir so nicht auf. Vielleicht damit? Nee. Kriegen also nur dieses eine hier auf. Können aber sonst hier... ...nix tun. Ich sag's, okay? Nein, wir können es vielleicht öffnen und dann vielleicht das Ding in den... ...Kopf rammen. Just like a rat, eh? Trying to escape down stinky corridors. Now back in the corner. Ja gut, dann mach mal. Okay, das war jetzt etwas zu langsam. Ist allerdings auch nicht so angenehm zu steuern hier. Ich will jetzt auch nicht zu nah ran. Jetzt. Zack. Ach, jetzt kann er es erst angucken. Okay. Alles klar. Herr, ich bin in deinem Geld. Die Enchantung, die mich von diesen... ...barnen Gehörern veröffentlicht hat, scheint sich zu erledigen. Okay. Damit wäre auch die Kontrolle über den armen Mann wieder aufgehoben. Blackrod? Ist das dein Name? Ich wusste einen Ginger Gavin, als ich ein Kind war. Das ist nicht mein Name. Das ist mein Titel. Ich bin der Herrscher von Blackrod in das Parlament des Maj. King James I. Ich bin verpflichtet, mit dem Frieden in den Wäldern des Parlaments... ...und die Träger und Sehre von den Traitern, die sie wegschrauben würden. Wie hast du dich durch die Sontarins getroffen? Ich habe die Räume über einen anderen Plot zu töten, um den König zu töten. Zweifel sind es bereits katholische Plot, um ihn aus dem Thronen zu entfernen. Oha, da haben wir jetzt eine ganze Menge hier zum Ausfragen. Fangen wir mal mit King James an. King James, that's the Scottish one, yeah? Indeed. King James was James VI of Scotland. Queen Elizabeth had no direct Heirs. But James' great grandmother was the elder sister of Henry VIII. And thus the succession passed to him. Okay. Wie sieht's mit dem Parlament aus? Tell me more about Parliament. The Parliament of England sits in the Palace of Westminster and is formed of two houses, the commons and the laws. Each sit to discuss and ratify laws at the past, as well as give a cent when our monarch wishes to raise taxes. All the Catholics I know are pretty harmless. Many are harmless, of course. But their laurenties lie with the Pope in Rome, not with our monarch. And although James has taken measures for catholic and protestants to live in peace side by side, there are those who would see the rightful sovereign replaced with a catholic monarch and puppet to the Pope. Hm. Spione? Na ja, toll. Spione? It's a bit early for James Bond, isn't it? Bond? James Bond? You confused me, sir. Is this man a spy? It's alright, he's on our side. These days it is hard to be sure who is on who. England is wealthy and jealously coveted by our neighbors and the catholic threat is a constant danger to the realm. Do you know how to get us out of here? I do indeed. But we must proceed with caution. Okay. Ma dann. Links, rechts, links, rechts. Links, links, rechts. Der ist ganz schön fit für einen alten Mann. Okay. Dann rennen wir mal hinterher. Hopp, hopp, hopp. Mal wieder. Schleich, action, angesagt. Wenn wir dem Eno hinterher laufen sollen. Wenn wir dem Eno hinterher laufen, dann kommen wir nach mir. Finde mir. Gut. Dann mal ab. Oh ja, hat er gut abgepasst. Die haben wohl diese Schleichsessions ein wenig erleichtert. Finde ich ganz angenehm. Oh-oh. 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 Hm. Haben sie jetzt zerlegt oder rennt der hier noch irgendwo rum? Ah ja, der rennt noch da irgendwo rum. Uh. Du drehst doch hier gleich um, oder? Komm, dreh um. Dreh um. Ja. Also da man hier eh nicht so viel erkunden kann, und es scheinbar auch keine Sammlerobjekte mehr gibt, gehe ich dann diesmal auch den direkten Weg. Er rennt jetzt wieder, oder wie? Ach hier, guck mal. Da haben wir, auf dem Boden haben wir schon diese, die Flecken wieder. Das heißt, das Viech muss irgendwo hier gewesen sein. Wahrscheinlich rennen wir jetzt genau in das Raumschiff rein. Könnte ich mir vorstellen. Okay, eine etwas kleinere, oder ein etwas kleinerer Abschnitt hier unten. Wo sind wir, wo sind wir gehen? Ich muss mich zurückkommen, meine Frau und der Doktor. Er wird herausfinden, was hier passiert, ich versuche. Find deine Freunde. Doe deine Aufgabe. Verzeih mir, meine zu tun. Schutz des Königs Office. Das ist wunderschön. Das Zeremonial-Mass. Das Symbol unserer Sovereine Freiheit. Es muss nie in den Händen von diesen wunderschönen Geistern fallen. Genau. Zeit, das Papier zu dem Doktor zu bekommen. Das sind die Sontarans. Wirklich? Gut, danke für das herauszufinden. Ich kam Ihnen zu erzählen über sie. According zu Field-Major Karsh, die Krasch-Ship ist Ruta. Sie sind gegen sie. Hang on. Wann hast du so chatte mit den Sontarans? Ja, well... sie haben mich gebrochen. Sie haben nicht die Papier, haben sie? Ta-da! Das sind die Plotter's Meeting. Wirklich? Da ist nichts da. Oh, nicht so negative. Nothing da. Negative. Get it? Anyway, ich habe das Mind-Control-Device aus Blackrods' Neck und jetzt ist er in seinem Trezure-Room in Parlament. Der Trezure-Room? Es ist hinter einem secreten-Panel. Der Ceremonial-Mass und all das andere Sachen ist in da. Right! Well, wir sehen, welche secrets dieses Papier hat für uns. Okay. Müssen wir jetzt hier uns umschauen. Die Dinger haben wir ja schon alle uns angeschaut. Hm. Was hat ein Rory zu sagen? All diese Fuss über ein blankes Papier? Ist es blank? Oder ist es nur, dass du nicht sehen kannst, was da drin ist? Doktor, ich kann sehen, dass es nichts drin ist. Das ist, was du denkst. Wann wusstest du, dass die Dinger ein Infrared-Light sehen können? Gut für sie. Aber was hat das mit nichts zu tun? Du wirst herausfinden. Schau an das. Es sagt, die Dinger sind auf die Dinger und Drak auf die Lundern. 9 Uhr. Wann wirst du wirklich gehen? Ja. Ich fühle mich ein Bout von Infiltration vielleicht sogar ein Dressing-up. Du auch, auf der anderen Seite, musst du find den Rutan-Sontarans vor und wir müssen den Rutan-Sontarans aus der Erde die Lesion. Genau. Los geht's. Los geht's. Okay, scheinbar haben wir jetzt hier wieder einiges zum Erkunden. Das würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich mache an der Stelle nochmal einen Schnitt. Ich glaube, langsam kommen wir echt langsam dem Ende... Langsam kommen wir langsam dem Ende entgegen. Und, ähm... Oh... Wunderschön. Nur keiner drin im Käfig. Ähm... Ja, ich denke mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe es zumindest. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.